Kennen Sie das? Sie benötigen sofort warmes Wasser, aber aus dem Hahn kommt ewig nur eiskaltes. Oder Sie müssen warmes Wasser mühsam dorthin bringen, wo Sie es brauchen. Und an vielen Orten haben Sie überhaupt nur bitterkaltes Wasser zur Verfügung. Hier ist Aquadon Smart Heater. Nur Aquadon Smart Heater verfügt über die clevere Technik, die Ihnen in der Sekunde warmes Wasser liefert. In der Armatur ist eine Hochleistungsheizspule verbaut, die das Wasser unmittelbar vor Ihren Händen und vollkommen unabhängig von einer Warmwasserleitung erwärmt. Das bedeutet, einfach anstecken, aufdrehen und sofort warmes Wasser genießen. Warten Sie nie mehr, bis der Boiler endlich anspringt. Sparen Sie sich platzraubende Durchlauferhitzer und vergessen Sie eiskaltes Wasser, wo Sie eigentlich wohlig warmes benötigen. Aquadon Smart Heater verringert deutlich Ihren Wasserverbrauch und senkt daher spürbar Ihre Kosten. Und das Beste, Sie haben immer warmes Wasser, ohne lästige Wartezeit und ohne unnötige Wasserverschwendung. Das idle Design und die hochwertigen Materialien machen Aquadon Smart Heater zum absoluten Blickfang an jedem Becken. Die topmoderne Digitalanzeige informiert Sie immer vollkommen exakt über die erreichte Temperatur, die Sie immer ganz genau nach Ihren Bedürfnissen einstellen können. Einfachste Bedienung und höchste Funktionalität machen Aquadon Smart Heater zum absoluten Mittelpunkt, wenn es um Wasser geht. Holen Sie sich warmes Wasser, wo Sie es schon immer gerne gehabt hätten. Gönnen Sie sich behagliches Wasser auf der Toilette. Waschen Sie sich die Hände warm an der Hobbywerkbank. Reinigen Sie das Grillgitter direkt neben dem Grill. Und das absolute Nonplusultra. Der 360 Grad Flexi-Aufsatz, mit dem Sie schwere Töpfe bequem neben der Spüle füllen. Hohe Vasen kein Hindernis mehr sind und jede Reinigung zum Kinderspiel wird. Aquadon Smart Heater. Sofort warmes Wasser, wo Sie es wollen.